hi guys das ist unsere Zimmer hier in La Grandi Hotel das Hotel ist 5 Star Hotel hier in Türkei das ist Doppelbett und das ist das body van body body simmer this is the shower I have a very good shower here the oven mm-hmm that is also good hotel it's a five-star hotel here we have our big luggage this I have bought from yesterday and this is the pool and the balcony and heute ich möchte gerne Frisur machen und Manikur und Pedicure und dann würde ich gerne Pedicure machen weil in Deutschland ist es ganz teuer um Manikur und Pedicure zu machen I'm a here in Turquay is okay because it may so feel girl the abundance is out and girl a man is so Berkeley um expensive so is the very dimit oish is saggy oish peter the price is phone 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 uh magpapaspa tayo okay you